Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firmaschlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schrankschloss oder Aufschraubschloss, Hinterlegschloss und da ist hier die Feder gebrochen. Jetzt mache ich folgendes, ich mache jetzt einmal hier die Nieten auf und dann schauen wir da mal eben rein und wollen mal eben gucken, was wir da so am besten machen können, damit das hier wieder mit dem Schlüssel funktioniert. So, das geht. Dann wollen wir gleich gucken, wie das von innen aussieht. Okay. Oberflüssig Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt schweiße ich das hier gleich an und dann habe ich hier meine Zuhaltung wieder, die praktisch das dann nachher hier anhebt. So und da biege ich das dann auch direkt ran hier an dem Punkt, muss ich mal gleich gucken. Und dann wird das da dementsprechend auch angeschweißt. Wichtig ist immer, dass ich in diesem Bereich hier bin. Hier dreht der Schlüssel und hebt das an und hier dreht auch der Schlüssel und hebt das an. Da muss ich also immer drin sein. Das sieht man jetzt hier auch, wenn jeder Schlüssel dreht, drückt er das hoch. Wenn er von da ankommen kann er das auch hochdrücken. So wäre das falsch. So würde ich dann gegen diese Kante hier laufen und dann geht das nicht. Und das wird einfach aus dem Steckflacheisen für das gemacht. Das war jetzt zusammen hier. Das ist ja jetzt dicker. Und daraus kann ich mir noch ein neues machen. Und dann habe ich die Feder hier erhalten, denn ich kann dies als Fehler immer so ganz schlecht biegen. Also mache ich das dann dementsprechend so. Dann habe ich jetzt hier auch genügend Auflauffläche. Also das Schloss wird länger schließen, als ich lebe. Ja, so mache ich das dann jetzt wieder ran. Und dann dürfte das Schloss wieder gehen. Die niedrig ich da gleich nach ihm raus und dann gucken, wenn ich das jetzt hier rüber halte. Dann sieht man das noch nicht mal, dass da was gemacht wurde. Man denkt immer noch, dass die alte Feder. Ja, gut. Dann mache ich das mal eben. Und dann gucken wir gleich mal. Ja, das Schloss habe ich jetzt hier erstmal festgemacht. Und dann schweiße ich das gleich an. Ich habe natürlich jetzt hier eine Schweißelektrode. Elektrode. Und dann mache ich das nochmal so. Diese also hat ja eine gewisse Länge. Ich nehme mal so ein kleiner Tipp oder Tricks. Wie mache ich sowas? Ich habe glaube ich schon mal ein Video darüber gemacht oder erklärt. Und zwar trenne ich die einmal in der Mitte durch. Dann habe ich nämlich kurze. Und zwar aus folgendem Grunde. Wenn ich die jetzt hier einspanne. Ja, mein Problem mit der Speicherkarte. So, jetzt habe ich sie erstmal leer gemacht. Wenn ich die jetzt also hier einspanne. Dann bin ich praktisch hier direkt da dran. Und man kann also sehen hier. Ich kann dann viel genauer mal eben irgendwas heften und fertig machen. Und wenn ich hier so eine irre lange habe. Und ich halte die dann hier ran. Dann habe ich dieses Gefühl hier. Das ist... Warte jetzt mal. Übertreib das mal. Das ist also stark. Das heißt, ich muss versuchen, das auf der Entfernung ruhig zu halten. Und wenn ich hier die durchschneide. Dann habe ich das eben halt auf dieser Entfernung. Und dann geht das dementsprechend besser. So, dann kann ich da schweißen, dass ich meine Kamera hier beschädige. Ich denke mal. Oder ich versuche mal. So, dann kann ich da schweißen, dass ich meine Kamera hier beschädige. So, das müsste, denke ich mal, soweit in Ordnung sein. Ja, jetzt ist es hier dran. Ich wollte es eigentlich gar nicht so dick haben. Aber irgendwie hat er nicht gehaftet gleich. Na gut, wenn er nicht wollte, dann eben halt nicht. So, und jetzt kann man sehen, dass das Ganze wieder praktisch funktioniert. Dann muss ich noch ein bisschen verbiegen, ist mir ein bisschen hoch gekommen. Aber das mache ich gleich noch. Ein bisschen richten und dann funktioniert das Ganze auch wieder. So, und so würde das dann aussehen. Und wir gucken, ob das so geht. Und die sitzen da jetzt noch nicht drin. Und schon schließt das Ganze wieder. So, jetzt geht der hier noch nicht ganz rein. Das hat aber einen anderen Grund. Und das liegt da dran. Aber das schaue ich mir gleich noch eben an. So, den berichtigen wir jetzt nochmal ein bisschen. Und dann ist das wieder alles in Funktion, so wie das sein soll. Und dann ist das wieder alles in Funktion. 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 könnte das sein wenn ich mal hier gucke da drückt ein bisschen gegen das wird das ist so damit dürfte der kunde wieder richtig freude daran haben und schon ist dieses schloss dementsprechend wieder repariert und kann wieder zum kunden zurück wenn sie so ein schloss haben dann können sie mir das ruhig rüber schicken unter dem video ist eine video beschreibung darunter mit meiner adresse und dann kann man das dementsprechend her schicken das schloss ich mache das fertig mit der name telefonnummer und e mail adresse eben bei dann wenn ich irgendwelche fragen nach hat dass ich dann noch mal wieder zurück rufen kann ja ist ein schickes schloss man sieht also gar nicht was ich gemacht habe und das ist natürlich dementsprechend auch wichtig alte schrankschloss wieder restauriert in diesem sinne brauche ich mich wieder auf mein nächstes projekte